Grüezi, äh, Entschuldigung, darf ich Sie gestören? Grüezi? Ja. Ich bin ein Dieb. Ja, was? Mhm. Ein richtiger Dieb? Ja, also, auf meiner Steuererklärung stehen Räuber. Was Sie nicht sagen, du Karri, komm mal, schau, der junge Mann sagt, der sei ein Dieb. Ja, was, ein richtiger Dieb? Mhm. Grüezi. Grüezi. Du denkst, das ist ein Überfall? Ähm, das kann man so sagen, ja. Oh, wie aufregend. Ja, ich bin noch nie überfallen worden. Bist du schon mal überfallen worden? Äh, nein, nicht direkt, aber das kann ja nicht so schwer sein, oder? Das ist überhaupt keine Sache. Ich hilfe euch durch das Prozedere, dann seht ihr mich auch sofort wieder los. Hm? Also, ähm, Portemonnaie und andere Wertsachen? Ja. Bitteschön. Oh. Äh, meine Uhr, wollten Sie die auch? Äh, kommt darauf an. Es ist recht teure, oder? Ja, das war eine sehr teure Uhr. Ja, das war eine sehr teure Uhr. Ja, ja. Okay. Ja. Ja, ähm, das wäre es auch schon gewesen. Ja, was? Ja, wollen Sie dann nicht noch ein bisschen Brutalität anwenden? Äh, normalerweise nicht, nein. Ja, dann ... Ja. Ja. Haben Sie vielleicht eine Visitenkarte, damit wir Sie erreichen können? Nein, das wäre ziemlich dumm von mir. Ah ja, klar, nein, natürlich. Okay, ja, äh ... Ja, hat mich gefreut. Alles Gute. Ja, uns auch. Und kommen Sie gut nach Hause? Also, wenn Sie überhaupt nach Hause gehen. Ich gehe jetzt Drogen kaufen. Ah ja, natürlich. Ja. Hä? Das ist ein netter junger Mann, gell? Gell, ja. Ähm ... Und falls jemand fragt, ich war dann ein Jugo, gell? Selbstverständlich. Selbstverständlich, ja. ARD Text im Auftrag von Funk